Windows 10 Mai 2019 Update. So hat Microsoft das nächste große Funktionsupdate für Windows getauft, welches die Versionsnummer 1903 trägt. Und dieses Update verbessert bisherige Funktionen von Windows, ohne dabei großartig Neues einzubringen. In diesem Video zeige ich euch alle Verbesserungen, die in diesem Update enthalten sind. Doch bevor ich anfange, möchte ich kurz zwei Sachen erwähnen. Wie ihr das Update schon jetzt herunterladen könnt, haben wir in einem Artikel ausführlich beschrieben. Diesen verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und, falls ihr euch für Windows interessiert, und das tut ihr wahrscheinlich, weil sonst würdet ihr dieses Video nicht schauen, lasst doch mal ein Abo auf unserem Kanal da. Hier zeigen wir euch regelmäßig die Neuerungen von Windows Updates, stellen aber auch gute Programme vor, stellen gute Geräte vor und manchmal kommen sogar Videos über Gaming. Also einfach mal ein Abo dalassen, kostet nichts, tut nicht weh und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Dann fangen wir einfach mal mit der ersten Neuerung in diesem Update an, und zwar dem weißen Design. Zuvor gab es auch schon immer ein helles und dunkles Design, wo zwischen man in den Einstellungen wechseln konnte. Allerdings gab es bis jetzt noch nicht so viele Unterschiede. Wenn man im hellen Design war, war trotzdem die Taskleiste dunkel, alle Systemelemente waren dunkel, nur die Apps haben sich angepasst. Und jetzt hat man auch die Systemelemente weiß eingefärbt, und das ist ein totaler Kontrast zum schwarzen Design. Ihr seht hier, das Startmenü ist weiß, allerdings auch die Benachrichtigungszentrale oder die einzelnen Flyouts hier unten. Das ist eine sehr große Designänderung, und ich bin sehr froh, dass Microsoft die gemacht hat. Und wer es nicht mag, der kann es natürlich weiterhin in den Einstellungen unter Personalisierung und Farben umstellen, denn das dunkle Design existiert weiterhin. Und wie ihr bestimmt gerade gesehen habt, es gibt jetzt auch einen dritten Modus, Benutzer definiert. Der ist jetzt nicht so spannend, wie er erstmal klingen mag, allerdings können wir hier zwischen dem App-Modus getrennt von dem System-Modus wechseln. Das bedeutet, ich kann weiterhin helle Apps nutzen, habe allerdings die dunkle Taskleiste, wie es bisher der Fall war. Oder ich kann, wenn ich sehr experimentierfreudig bin, ein helles Design nutzen mit dunklen Apps. Ich werde mal das Design erstmal auf dunkel setzen, um die nächste Designänderung zu zeigen. In diesem Update wurden sehr viele kleine Designänderungen vorgenommen. Wenn ich jetzt die Start-Taskleiste und Infocenter einfärbe und mal eine auffälligere Farbe nehme, wie rot, und hier unten einmal rechtsklick drücke, merkt ihr direkt, die Jump-Listen werden jetzt auch eingefärbt. Und das ist auch neu. Vorher blieben die immer schwarz, was eigentlich nicht gut aussah, ehrlich gesagt. Es gibt nämlich jetzt Symbole in den Kontextmenüs für Herunterfahren und für das Abmelden, beziehungsweise für die Kontoeinstellungen. Somit sieht das alles nicht mehr so langweilig aus wie vorher, sondern man hat ein paar Icons einfach eingebracht. Und wie ihr es das schon die ganze Zeit bemerkt habt, es gibt ein neues standardmäßiges Hintergrundbild, welches ihr hier gerade sehen könnt. Das alte wurde restlos entfernt. Das neue ist ein bisschen heller, so an das helle Design angepasst. Sieht ganz okay aus. Ich persönlich mochte tatsächlich das alte mehr. Aber es ist Geschmackssache, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Hintergrundbild. Hier blende ich kurz noch eine weitere Designneuerung an. Auch die letzte, die ich in diesem Video behandeln werde. Und zwar auf dem Anmeldebildschirm wurde jetzt zu der Animation vom Wechsel vom Sperrbildschirm zum Anmeldebildschirm auch ein Unschärfeffekt hinzugefügt. Sieht ziemlich cool aus. So, da gehen wir einmal zurück ins Startmenü, denn wir können direkt hier bleiben. Microsoft hat die Einrichtung für Windows 10 angenehmer gestaltet. Gut, betrifft jetzt eher weniger Nutzer, weil die meisten kaufen einen PC, richten es einmal ein. Aber wenn man den Prozess allgemein angenehmer gestaltet, hat man eine deutlich bessere Nutzererfahrung. Was hat Microsoft gemacht? Also erstens, wer in den letzten Versionen mal seinen Computer eingerichtet hat, der hat bemerkt, dass Cortana zu einem spricht. Das ging anscheinend ziemlich vielen Leuten auf die Nerven. Das wurde auch so ein bisschen zum Internet-Meme, sag ich mal. Das hat Microsoft jetzt für die Pro- und Enterprise-Version entfernt. Das heißt nur noch, bei Windows 10 Home spricht Cortana zu einem bei der Einrichtung. Eine sehr gute Entscheidung, finde ich. So ein Kompromiss aus, wir lassen die Funktion drinnen. Und wir wollen allerdings professionelle User damit nicht belasten. Weiter geht's. Nach der Einrichtung, direkt wenn man zum ersten Mal auf dem Desktop landet, war das Startmenü einfach voll. Da kann man auch nichts anderes sagen. Da waren sehr viele Sachen aus dem Store angeheftet. Ziemlich viele Spiele. Also alles, was da nichts zu suchen hat. Noch schlimmer wird es, wenn man überlegt, dass man hier ein System nutzt, welches glaube ich 130 bis 150 Euro im normalen Retail-Preis kostet. Inakzeptable Zustände. Und hier sehen wir das neue Layout. Viel simpler, viel weniger angeheftet und mehr Sachen sind installiert. Also hier oben die Sachen sind einfach typische Sachen. Das ist voll okay. Hier sind nochmal die Office-Apps auch angepinnt. Wenn man Office installiert hat, öffnen die die Office-Apps an sich. Wenn nicht, dann wird einfach der Webbrowser geöffnet und man kommt zu Office Online. Eine Alternative, denn hier kann man auch tatsächlich Dokumente bearbeiten. Und der Funktionsumfang ist ausreichend für die meisten Nutzer da draußen. Also man sieht, man kann sogar einiges einfügen. Tabellen, Bilder, man kann einiges formatieren. So die wichtigsten Funktionen eigentlich. Und alle Sachen, die nicht vorinstalliert sind, sondern nur im Store aufzurufen sind, sind hier unten bei Durchsuchen. Hier haben wir halt so Sachen wie Spotify, Xing, Netflix und hier unter Wiedergeben haben sie alle Spiele zusammen in einen Ordner gruppiert. Natürlich möchten wir aber auch nicht, dass unser Startmenü so aussieht. Wir möchten es leere haben, keine Werbung. Da hat sich Microsoft auch was Gutes einfallen lassen, denn man kann jetzt ganze Ordner und Gruppen vom Startmenü abheften. Hier haben wir jetzt beispielsweise einen Ordner, wo die Spiele hinzugefügt worden sind. Und ich klicke einfach mal Rechtsklick und Ordner von Start lösen. Und zack, alle Apps, die innerhalb dieses Ordners waren, wurden auch mit abgeheftet. Und so spart man sich hier den Umweg von Rechtsklick von Start lösen, Rechtsklick von Start lösen. Das war immer sehr nervig. Und Gruppen kann man auch jetzt abheften. Gruppen sind einfach hier die Sachen mit den Überschriften. Das heißt, ich klicke auch hier einmal Rechtsklick auf die Überschrift und bekomme als Kontextmenü Gruppe von Start lösen. Und weg ist das alles. Und das gleiche mache ich noch mit Produktivität. Und jetzt haben wir ein leeres Startmenü. Wenn ich es einmal neu starte, sehen wir direkt, ich habe nur noch die Appliste und kann jetzt bei Bedarf eigene Apps anheften. Sehr gut gelöst das Ganze. Aber die Verbesserung enden nicht hier. Denn jetzt kommt eine Sache, die wird sehr viele Leute freuen, auch wenn man seinen Computer nicht frisch eingerichtet hat. Und zwar, man kann jetzt deutlich mehr vorinstallierte Apps deinstallieren. Beispielsweise 3D-Viewer war vorher immer eine Zwang-App. Kann ich jetzt ganz einfach deinstallieren, kurz warten und schon ist er weg. Auch die Xbox-App. Ich weiß nämlich, dass viele Leute da draußen mit ihrem Computer nicht spielen. Und entsprechend können sie nichts mit den Xbox-Diensten anfangen. Können wir jetzt auch einfach deinstallieren. Genauso sieht es aus mit Mail und Kalender und so weiter. Also wir haben jetzt deutlich mehr Freiheiten, unseren PC auch zu unserem PC zu machen, wie man so schön sagt. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, die man weiterhin nicht deinstallieren kann. Beispielsweise die Fotos-App tatsächlich. Aber allerdings finde ich das okay. Weil man konnte noch nie den Windows-Foto-Viewer, egal in welcher Version, deinstallieren. Und wir brauchen ja irgendeine App, womit man Fotos betrachten sollte. Und wenn jetzt ein Nutzer einfach alle Apps ohne nachzudecken deinstalliert, kann er keine Fotos mehr anschauen, dann bräuchte er auch erstmal eine App aus dem Store oder aus dem Internet. Wobei es tatsächlich einfach ist, Apps aus dem Store wieder runterzuladen. Aber nicht schlimm. Trotzdem können wir Goof Music auch deinstallieren. Dann müssen wir halt auf Media Player oder VLC ausweichen und so weiter. Was ich sehr schade finde, man kann leider Karten und Kontakte nicht deinstallieren. Das hätte ich mir noch gewünscht. Allerdings bin ich auch ziemlich zufrieden, dass man jetzt so viel deinstallieren kann. Sogar Paint 3D. Nett. Und sogar den Taschenrechner. Oh Mann, jetzt habe ich den Rechner deinstalliert. Jetzt werde ich wohl nie wieder rechnen können. So, im Action Center gibt es auch etwas Neues. Gehen wir mal direkt dahin. Das ist nämlich dieses tolle Fenster hier. Unten rechts die Schnelleinstellungen. Die konnte man bislang anpassen bereits. Allerdings nur in den Einstellungen. Na, war immer so eine Windows-Sache. In anderen Systemen konnte man das direkt in den Center anpassen. Bei Windows musste man in die Einstellungen gehen. Ist nicht schlimm. Allerdings kann ich das hier auch direkt machen. Einfach wieder rechtsklick drücken und es kommt ein Kontextmenü. Also kann man instinktiv drauf kommen. Und hier kann ich halt neue Sachen hinzufügen. Ich kann alte abheften und ich kann die Reihenfolge ändern. Fertig. Eine Sache, die seht ihr hier jetzt nicht. Nicht, weil ich auf einem Computer aktiv bin. Allerdings blende ich mal Aufnahmen von einem Notebook ein. Wenn, falls ihr ein Notebook benutzt, könnt ihr jetzt auch die Helligkeit stufenlos mit diesem Regler einstellen. Ein großer Wunsch von vielen Nutzern seit Jahren. Und dieser wurde jetzt endlich umgesetzt. In dem letzten Update 1809 wurde ein neues Screenshot-Tool namens Ausschneiden und Skizzieren eingefügt. Dieses hier. Und es war leider nicht komplett mit dem alten Snipping-Tool gleichzusetzen. Denn eine Funktion fehlte die ganze Zeit. Und diese ist endlich da. Welche meine ich? Kann ich einzelne Fenster ausschneiden. Also wenn ich jetzt die Tastenkombination Windows, Shift und S drücke, dann habe ich hier oben jetzt einen dritten Punkt. Ne, einen vierten Punkt. Gut, das liegt auch daran, dass ich gerade Taschenrechner deinstalliert habe. Deswegen kann ich ja nicht rechnen. Kann ich jetzt auch hier einzelne Fenster ausschneiden. Beispielsweise den Explorer. Zack. Und dieser befindet sich jetzt in meiner Zwischenablage. Ich kann den allerdings hier auch den Screenshot noch bearbeiten. Und speichern, wo ich mag. Das Ganze funktioniert gut. Und damit ist das neue Screenshot-Tool auch endlich dem Snipping-Tool in jeder Hinsicht überlegen. Windows Sandbox ist die einzige wirkliche Neuerung in diesem Update. Und zwar ist die Windows Sandbox eine Umgebung, die sich komplett von der eigenen Windows-Installation abgrenzt. Also ähnlich wie eine virtuelle Maschine. Im Vergleich zu bisherigen Sandboxen, die man auch im Internet herunterladen kann, startet die Sandbox nicht nur ein Programm, sondern eine ganze Windows-Umgebung, die wir komplett nutzen können. Komplett eigenständig, also mit Task-List, eigenen Explorer, eigenem Startmenü und so weiter. Das Ganze wird in einem Hypervisor ausgeführt. Die Installation startet wirklich sehr schnell, läuft sehr performant, verbraucht nicht allzu viel RAM. Und man kann Software, die man im Internet findet, ohne Bedenken einfach ausprobieren. Ich meine, es gibt wirklich sehr viele Programme im Internet, aber vielleicht vertraut man nicht jeder uneingeschränkt. Oder man möchte einfach mal zwei Konkurrenzprodukte vergleichen, möchte allerdings nicht, dass sein eigener PC zumüllt. Stichwort Registry. Dann kann ich einfach die Windows Sandbox öffnen. Öffnet in wenigen Sekunden, ohne dass ich jetzt eine neue Installation in einer virtuellen Maschine aufsetzen muss. Und ohne, dass ich mich überhaupt mit virtuellen Maschinen befassen muss. Und schon kann ich das Programm uneingeschränkt darin nutzen. Und alles, was das Programm schreibt und sonstiges, bleibt auch in der Sandbox. Und sobald ich sie einmal schließe, werden alle Änderungen wieder zurückgesetzt. Das bedeutet, ich starte bei jedem Start von der Sandbox frisch, wie am ersten Tag. Leider wird diese Funktion Home Nutzer vorenhalten, denn ausschließlich Windows 10 Pro und Windows 10 Enterprise Nutzer und alles, was drüber liegt, können dieses optionale Feature in der Liste aller optionalen Features aktivieren. Cortana ist ein sehr groß beworbenes Windows 10 Feature. Ich weiß nicht, ob ihr die Ankündigungstrailer von Windows 10 gesehen habt oder mal ein paar Windows 10 Artikel gelesen habt, was denn so im Vergleich zur folgenden Windows Version neu sein soll. Cortana stand eigentlich immer ganz weit oben. Tja, leider ist die Zeit von Cortana auch schon wieder abgelaufen. Microsoft hat den Trend verschlafen, der digitalen Assistenten. Zudem hat man bemerkt, irgendwie nutzt am Computer kaum jemand Cortana. Sie kann auch leider nicht so viel. Sie öffnet andauernd die Bing-Suche. Entsprechend macht es nicht so viel Spaß, sie zu nutzen. Also hat man jetzt die Suche einfach von Cortana getrennt. Oder auch andersrum zu betrachten, man hat Cortana aus der Suche entnommen. Das Ganze sieht jetzt an der Taskleiste hier unten so aus. Wir haben einmal die altbekannte Suchleiste. Oder, falls man es umgestellt hat, einfach nur das Suchsymbol. Und es öffnet jetzt die Suche, die komplett alleine steht. Keine Cortana-Begüßungs hier. Wir können keine Sprachbefehle eingeben. Wir sehen einfach auf der neuen Startseite die Apps, die wir häufig öffnen. Und die letzten Aktivitäten direkt aus unserer Zeitleiste. Natürlich können wir auch weiterhin durchsuchen. Einzelne Kategorien wie Apps, Dokumente, Fotos. Und ich suche einfach mal nach Unigrame. Und weiterhin haben wir das geteilte Layout mit den ganzen Jump-Listen-Optionen für die App. So, Cortana wurde dann hier verschoben. Und wenn ich hier draufklicke, hört sie mir direkt zu. Und ich habe hier weiterhin Zugriff auf das Notizbuch und auf weitere Sachen. Und kann normal Cortana wie bisher verwenden. Tatsächlich sieht man auch schon, Cortana wurde nicht viel Liebe zugesprochen. Es wurde einfach nur ganz simpel getrennt. Könnte sein, dass man Cortana zukünftig entfernen möchte. Das Ganze sieht man auch in den Einstellungen. Hier wurde Suche von Cortana vollständig getrennt. Was allerdings sehr interessant ist, unter Datenschutz haben wir nämlich eine komplett neue Option. Und zwar Stimmaktivierung. Und das Ganze sieht so aus, als können wir zukünftig Cortana mit anderen digitalen Assistenten ersetzen. Hier unten sehen wir beispielsweise auswählen, welche App Stimmaktivierung verwenden können. Hier sehen wir Cortana. Und Cortana soll auf das Schlüsselwort Hey Cortana reagieren. Oh, da ist Cortana einfach mal angegangen. Und theoretisch könnte hier auch Amazons Alexa stehen. Und wenn ich dann Alexa sage, dann könnte sie einfach aufploppen. So viel zu Cortana. Und natürlich hat man jetzt auch die Wahl, Cortana einfach auszublenden, die Schaltfläche. Und jetzt habe ich nur noch die Suche. Dann kann ich jetzt auch Taskansicht und die Suche ausblenden. Und theoretisch habe ich jetzt auch eine sehr cleane Taskline, je nachdem, was man präferiert. Ich finde es so eigentlich ganz schön. Und zusätzlich wurde die Suche auch allgemein etwas optimiert. Und zwar die Dateien, die wir darin finden können. Wenn wir nämlich mal die Einstellungen öffnen und die Kategorie Suche betreten und links auf Windows durchsuchen klicken, gibt es jetzt einen neuen Modus. Der klassische Modus war bisher immer aktiv. Hier werden nur die Dateien durchsucht, die auch in meinem eigenen Ordner sind. Das heißt im Nutzerprofil und dann beispielsweise im Dokumentordner, im Fotoordner und so weiter. Jetzt gibt es allerdings eine neue Option und zwar erweitert. Hier wird der gesamte Computer durchsucht und damit das Ganze funktioniert, hat Microsoft ein paar neue Indizierungsverfahren eingebaut in Windows. Hier steht zwar auch, es verbraucht mehr CPU, vielleicht verbraucht es auch mehr, also entsprechend auch mehr Akku. Allerdings ist es trotzdem effizienter, als zuvor in der Indizierungsoption einfach alles auszuwählen. Bedeutet, wir können jetzt auch Dateien durchsuchen, die außerhalb unserer Benutzerordner stehen. Beispielsweise wir haben einen neuen Dokumenteordner irgendwo auf der Festplatte erstellt. Mit etwas Glück wird Windows diesen auffinden. Die werden dann in der Suche auftauchen. So, in den Einstellungen hat sich auch einiges getan. Allerdings auch hier deutlich weniger als bei den vorherigen Versionen. Es gibt jetzt eine neue Fehlerbehebung. Die erreichen wir unter Update und Sicherheit und einmal Problembehandlung. Und zwar nennt sich das Ganze empfohlene Problembehandlung. Wieso empfohlene Problembehandlung? Also, wir kennen ja alle die gute alte Windows-Problembehandlung. Wenn ich jetzt beispielsweise Probleme mit meinem Drucker habe, klick einmal auf Problembehandlung ausführen. Und dann versuchte die Probleme zu ermitteln und ein paar Fixes auszuführen. Halt so typische Sachen, ein paar Registrieeinträge hier, gucken ob die Dienste laufen und so weiter. Meistens bringt das auch nichts. Mir hat das tatsächlich schon mal was gebracht. Aber für die meisten Probleme ist das nichts. Ist natürlich auch alles hardcoded. Und die empfohlene Problembehandlung ist ein bisschen dynamischer. Beispielsweise, es gibt sehr viele Leute, die nutzen Google Chrome. Stellt euch allerdings vor, es gibt ein Update für Windows oder für Google Chrome. Und deswegen funktioniert es aktuell nicht so reibungslos unter Windows 10. Jetzt kann man natürlich einen Patch abwarten, der das Ganze behebt. Allerdings gibt es manchmal auch Workarounds. Die Workarounds müssen wir aber erstmal finden und anwenden. Und das ist immer zeitaufwendig. Und das ist auch nichts für Leute, die einfach nur ihren Computer nutzen wollen. Die ihn einfach hochfahren, Chrome starten und möchten, dass es funktioniert. Und ich glaube, das wollen wir alle so. Und die empfohlene Problembehandlung ist einfach dazu da, um das zu ermöglichen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass Microsoft auf ihren Servern dann eine Sammlung von Problembehandlungen bereitstellt und diese auch an Nutzer pusht, die dieses Problem haben. Und das könnte alles sein. Beispielsweise findet Microsoft heraus, okay, es gibt oft Abstürze mit diesem und diesem Programm. Und wenn wir den Registry-Eintrag ändern, dann passiert das nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt nicht auf ein Update warten, welches erst in drei Wochen kommt. Es kann sofort ein Fix geben, in dem Microsoft einfach zu Windows sagt, hey, ich habe eine Lösung für das Problem, führ mal das aus und dann führt Windows das aus. Und wir werden auch einmal benachrichtigt. Also hier haben wir erstmal einen Verlauf aller Problembehandlungen, die Windows ausgeführt hat. Und wir können das Ganze auch einstellen in den Datenschutzeinstellungen, ob er Probleme beheben soll, ohne zu fragen, nur benachrichtigen soll, wenn er ein Problem behoben hat oder vor dem Beheben eines Problems erstmal fragen soll oder nur kritische Probleme beheben. Wahrscheinlich, wenn es mal ganz dringend ist und um Blue Screens geht, wird Microsoft mal ein kritisches Problem pushen. Das wird allerdings eher selten der Fall sein. Das ist sozusagen für Microsoft selber allerdings nochmal eine Hintertür, um großen Gefahren aus dem Weg zu gehen, sag ich mal. Außerdem, Windows Update hat ein neues Layout spendiert bekommen. Das rückt nochmal die ganzen Funktionen, die es gibt, in den Vordergrund. Beispielsweise schnell mal Updates pausieren für sieben Tage. Wenn wir draufklicken, haben wir nicht nur Updates für sieben Tage pausiert, sondern auch alle Updates, die gerade noch installiert werden müssen oder gerade heruntergeladen werden, werden sofort abgebrochen. Die Installation wird abgebrochen, es wird gelöscht und wir müssen das Update dann auch nicht installieren. Und wir sehen direkt, wir können den Button mehrmals klicken, bis wir dann die maximale Anzahl von 30 Tagen erreicht haben. Und danach müssen wir einmal ein Update deinstallieren. Dabei ist es ganz praktisch, wenn wir mal eine wichtige Präsentation haben. Und da soll Windows uns nicht verderben. Oder sagen wir mal, ein Update funktioniert gerade nicht. Dann können wir einfach die Update-Pause hier mehrmals anklicken. Dutzungszeiten ändern ist eine bekannter Funktion, hat allerdings kaum jemand geändert und deswegen hat man das auch jetzt in den Vordergrund gerückt und noch eine Neuerung zusätzlich eingefügt. Und zwar können Dutzungszeiten jetzt auch automatisch auf Grundlage der Aktivität gesetzt werden. Weiterhin kann ich natürlich auch sagen, Ja, ich benutze meinen PC zwischen 8 und 22 Uhr. Bitte installiere in dieser Zeit niemals ein Update. Unter keinen Umständen. Kann ich speichern. Aber wie gesagt, die meisten Leute machen es nicht. Deswegen ist die neue Standardoption, er soll es automatisch anpassen. Dann guckt Windows, wann nutze ich meinen PC. Und anhand dieser Daten, die Windows auswertet, wird die Zeit festgelegt. Und so soll ich beim Arbeiten nicht gestört werden. Allerdings sollen Updates dann trotzdem automatisch installiert werden, wenn ich beispielsweise am Schlafen bin oder eine Pause mache, eine mehrstündige, was auch immer. Eine neue Sache befindet sich unter Datenschutz und zwar unter Mikrofon. Ja, es ist schon länger möglich, dass wir Apps den Zugriff auf das Mikrofon verbieten können bzw. erlauben können. Und das wurde jetzt ein bisschen, oh man, wie heißt das denn? Heißt das Soundrecorder? Ne, Sprachrecorder. Genau. Es wurde ein bisschen erweitert. Ja, ich erlaube den Zugriff vom Sprachrecorder auf mein Mikrofon. Wenn ich jetzt mal kurz diese Audiodatei hier aufnehme und auf Stop drücke, sehen wir jetzt in den Einstellungen, wann die App mein Mikrofon zuletzt aufgerufen hat. Hier kann ich vielleicht verdächtige Aktivitäten dadurch enthüllen. Und guckt mal unten rechts in der Taskleiste. Hat der eine oder andere vielleicht auch schon bemerkt, da es sehr auffällig ist. Da ist jetzt ein Mikrofonsymbol tatsächlich. Und wenn ich mit der Maus drüber fahre, sehen wir, zwei Apps verwenden mein Mikrofon. Ja, immer wenn eine App jetzt mein Mikrofon nutzt, werde ich benachrichtigt mit diesem Symbol. Klicke ich einmal drauf, öffnet sich eben dieser Punkt auch in den Einstellungen, wo wir schon gerade waren. Noch eine neue Sache ist, wenn wir ganz runter scrollen, werden hier jetzt auch Desktop-Apps aufgelistet. Aus technischen Gründen kann man leider einzelnen Desktop-Apps den Zugriff nicht verwehren. Allerdings können wir sehen trotzdem, wer es überhaupt verwendet und wer es wann zuletzt verwendet hat und wer es jetzt verwendet. Und theoretisch können wir allen Desktop-Apps auf einmal den Zugriff verwehren. Das mache ich jetzt aber jetzt nicht. Das gleiche gilt für Kamera. Es gibt zwar kein Camera-Task-Leistens-Symbol, allerdings werden hier jetzt auch unten Desktop-Apps aufgelistet. Das ist eine sehr gute Funktion und auf eine sehr gute Funktion folgt noch eine gute Sache. Und zwar unter Netzwerk und einmal auf irgendein Internet-Adapter oder WLAN-Profil draufgeklickt, können wir jetzt die IP-Einstellungen ändern. Das war vorher nur in der alten Systemsteuerung möglich. Allerdings kann ich jetzt hier auch eine eigene IP-Adresse und eine eigene DNS einfach so eintragen ohne Probleme. Allerdings setze ich die Punkte nicht automatisch. Na gut, man kann nicht alles haben. Weiter geht es unter System und Speicher. Hier sehen wir auch direkt, man hat in ein paar Punkten in den Einstellungen einfach das Layout geändert. Hier wurde jetzt der lokale Datenträger C in den Vordergrund gerückt. Die anderen Laufwerke sind hier in einem Unterpunkt verschoben worden. Und die größten Speicherfresser in meinem Computer werden jetzt hier direkt aufgelistet. Und die weiteren Kategorien muss ich auch erstmal aufklappen. Haben sie ziemlich schön designt. Allerdings gibt es hier auch eine neue technische Neuerung, nenne ich sie mal. Und zwar der reservierte Speicher. 7 GB werden auf meiner Festplatte gerade reserviert. Diese 7 GB bekomme ich nicht wieder. Ich kann die Funktion nicht deaktivieren. Und wieso das Ganze? Naja, es liegt einfach daran, dass auf manchen Geräten ist einfach zu wenig Speicher verfügbar, um Updates zu installieren. Und wenn du keinen Speicher hast, um Updates zu installieren, setzt du deinem Gerät prinzipiell Gefahren aus. Sei es kumulative Updates, die einfach ein paar Sicherheitsfixes beinhalten. Oder auch große Updates. Zwar nicht direkt, allerdings bekommen große Updates immer nur 18 Monate Update Support. Und wenn jetzt beispielsweise die 18 Monate abgelaufen sind, ich allerdings immer noch bei dieser Version bin und einfach keinen Speicher zur Verfügung habe, dann ist es natürlich schlecht. Da bekomme ich keine Updates mehr und kann das neue Update nicht installieren, außer ich mache jetzt mir die Mühe und Deinstalliere Apps. Lösche vielleicht ein paar Fotos, Bilder. Es gibt ja Geräte, die haben nur 64 GB Speicher. Es ist einfach ein nerviger Prozess. Das habe ich auch mal durchgemacht bei irgendeinem Billiggerät. Und reservierter Speicher soll das tatsächlich umgehen. Das kann man positiv, das kann man auch negativ sehen, wie man möchte. Ich sehe es eigentlich positiv, weil die Leute, die sowieso genug Speicher haben, denen interessiert das eigentlich gar nicht. Sie haben sowieso genug Speicher und wenn ich jetzt 7 GB wegnehme, haben sie immer noch genug. Für die Leute, die nicht genug haben, die denken sich erstmal, ja ist jetzt schlecht, jetzt habe ich ziemlich wenig frei. Allerdings wird hier der reibungslose Betrieb damit einfach gewährleistet. Und es kann echt nervig sein, Speicherplatz freizuräumen. Und somit sehe ich das positiv. Und noch ein netter Nebeneffekt. Damit werden jetzt wahrscheinlich auch Windows-Hersteller davon weggelockt, noch irgendwelche Geräte mit 32 oder 64 GB Speicher zu produzieren. Wenn wir sehen, meine Festplatte hier, wo ich das Video gerade aufnehme, hat nur 40 GB Speicher. Allerdings nimmt Windows trotzdem die 7 GB ein. Und das ist eigentlich ziemlich hart. Allerdings steigen somit die Speicheranforderungen und hoffentlich gibt es dann bald keine 64 GB Geräte mehr. Vor allem, weil Speicher so günstig geworden ist. Im Datei-Explorer gibt es eine kleine Neuerung. Und zwar unter Downloads wurde die Standardsortierung jetzt geändert. Und die Standardgruppierung. Und zwar wird das jetzt nach Änderungsdatum gruppiert und sortiert. Sehr praktisch. Wenn man mal ein paar Sachen im Downloadsordner ablegt für später, dann kennt ihr das. Man muss oft suchen. Und jetzt sehe ich direkt unter Heute habe ich diese Datei heruntergeladen. Und dann kann ich sie auch sofort ausführen. Da muss ich auch gar nicht suchen, wo ist die Datei, die ich gerade heruntergeladen habe. Aber wirklich sehr praktisches Feature. Kann man allerdings jetzt schon umändern, indem wir einfach rechtsklicken, sortieren nach Änderungsdatum auswählen und kopieren nach Änderungsdatum. Wurde einfach die Standard-Einstellung mal geändert. So, dann öffnen wir mal Editor. Und nein, ich möchte euch nicht wie im letzten Video zum letzten Update jetzt 10 Minuten die Änderung im Loadpad zeigen. Weil diesmal hat sich tatsächlich nichts getan. Allerdings drücke ich mal Windows und Punkt. Denn es geht um die Emoji-Leiste. Beziehungsweise um den Emoji-Picker. Dieser wurde erweitert. Natürlich können wir weiterhin hier unsere Smileys, beziehungsweise Emojis wählen. Das Ganze wurde allerdings auch erweitert mit Kammojis, heißt es, glaube ich. Und hier haben wir einfach, ach Gott, haben wir einfach die natürlich auch normale Text-Smileys, die man halt damals so genutzt hat. Allerdings auch solche Sachen hier, was ziemlich nett ist. Ist einfach nur eine nette Sache, wenn man mit Menschen chattet. Noch nichts Nützliches, aber wirklich nützlich wird es im Tab-Symbole. Das ist sozusagen eine Zeichentabelle, die man schnell aufrufen kann. Also wirklich schnell, kurz Windows und Punkt drücken und schon ist sie da. Das habe ich nämlich auch letztens, als ich eine PowerPoint-Präsentation gemacht habe, brauchte ich diesen Pfeil. Und tatsächlich ist es so, ich glaube, er ist nicht in der Zeichentabelle und deswegen google ich immer. Ich google tatsächlich immer Unicode-File. Und jetzt muss ich nur Windows und Punkt drücken und weiß ganz genau, wo der Pfeil ist. Und kann ihn benutzen, sogar in allen Richtungen, sogar in verschiedenen Variationen. Das ist einfach gut. Und natürlich haben wir nicht nur Pfeile. Hier unten haben wir mehrere Kategorien, wie zum Beispiel diese Symbole. Die hier. Auch sogar hier Hochzahlen. Eigentlich kann man ja mit der Tastatur nur bis hoch 3 tippen. Hier haben wir jetzt auch hoch bis 9. Auch umlaute Zeichen. Das N hier ist sehr praktisch, wenn man mal Spanisch schreibt. Und so weiter. Also es ist wirklich eine sehr praktische Funktion tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Es sind halt so die kleinen Sachen, die es ausmachen. Und das merkt man in diesem Update stark. Und das merkt man auch jetzt bei der nächsten Funktion, die ich euch zeigen möchte. Eine sehr gute Überleitung. Dafür müsst ihr auf jeden Fall mal ein Abo dalassen für diese Überleitung. Nein, Spaß. Hier jetzt nicht um Abos Battle, Armin. Wir können jetzt die Standard-Registrierkarte festlegen. Simples Beispiel. Ich mag die neue Prozessliste nicht. Ich wähle wieder die alte. Okay. Klicke ich auf Details bei Standardprozesse. Schließe ich einmal den Taskmanager. Öffne ihn nochmal. Und er öffnet mit Details. Oder falls ich den Taskmanager eh nur öffne, um immer den Tab wieder mal zu Leistung zu wechseln, kann ich auch einmal den Tab zu Leistung ändern. Auch eine kleine Funktion. Allerdings, wenn sie mal einen Klick erspart, ist sie sehr praktisch. Und das war es tatsächlich auch schon. Ich habe nicht zu viel versprochen. Wir sehen, Microsoft hat sich in diesem Update noch mehr darauf fokussiert, Funktionen, die bereits integriert sind, einfach zu verbessern. Windows nochmal einen Feinschliff zu geben. Und die größte Neuerung war dann tatsächlich Windows Sandbox. Allerdings nur für Pro-Nutzer und die Trennung von Cortana und Suche. Wobei ich sagen muss, das Emoji-Panel finde ich super. Das werde ich auch privat oft nutzen. Und die neuen Einstellungen sind auch praktisch und sind übersichtlicher. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Tschüss.